Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge A Way Out, liebe Freunde, mit dem lieben Patrick, der mit mir zusammen heute aus dem Gefängnis ausbrechen wird und will, oder? Patrick, bist du am Start? Guten Tag, guten Tag. Ja, liebe Freunde, in der letzten Folge war es einfach Spannung pur. Wer die Folge nicht gesehen hat, sollte die auf jeden Fall nachholen. Und heute geht es weiter. Wir wollen hier ausbrechen. Wir haben das Klo präpariert und ich würde sagen, wir versuchen mal unser Glück, oder? Es ist dunkel. Wir können. Los geht's. Guck mal, synchroner geht es ja schon wieder gar nicht mehr. Vorwärts kriege ich ihn, da bin ich doch am Start. Stinkt aber ganz schön hier. Echt. Pass ich auch gerade so durch, ey. Oh, wie synchron. Na, Rappi. Hi. Damn. Guck mal. Stinkt hier so. Guck mal. Wie, oh mein Gott. Guck mal her, Patrick. Ey, ich bin ein Ärschchen, Alter. Kennst du das Lied von Katja? Mach's mir, Dagi. Mach's mir, Dagi. Gibt's mir, Dagi. Gibt's mir, Dagi. So, weiter geht's. Wir wollen ja jetzt hier nicht Katja pushen, Alter. Mein Gott, wir sehen aber auch nicht so stabil aus, die Dinger hier. Ist hier noch irgendwo weiter? Hier können wir hoch. Ich gehe mal vor. Ich weiß nicht, du hast Angst. Die Mutige von uns beiden, ja. Wo sind wir denn jetzt hier? In was für Schächten. So, lauf mal hier rein, Patrick. Ey, schick mal den Finger rein. Wenn du mutig bist, machst du einfach die Hand so dazwischen. Mutprobe. Feige? Wo geht's hier lang? Ah, hier. Vincent, komm mal hier rüber. Hier, du musst mir mal helfen. Was denn? Kannst du da irgendwie E oder so drücken? An der Stange? Ich seh gar nichts. Doch, da. Ah, da. Ah, da. Zieh, Junge, zieh. Du musst jetzt... Putsch, Putsch. Ach. Ja, sicher. Was machst du denn? Ich hab es, ich hab es. Mein Gott. In den Ventilator. Geh doch mal weg. Geh doch mal weg. Aha. Weg, weg. Der reagiert wieder nicht. Wieso? Bin ich wieder raus? Hallo, hallo? Hörst du mich? Bei mir reagierst du nicht, Alter. Hallo. Mein Gott, das ist nur für eine Bambusleitung bei dir. Ey, bei mir ist hier voller Ausschlag. Ich weiß nicht, was bei dir wieder los ist. Ich höre alles. Patrick. Rina, geht's dir gut? Ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre einfach gekommen. Hörst du mich? Hallo? 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 Hast du eine Schwäche am Fall bekommen, oder was? Ne, alles gut. Hörst du mich jetzt wieder? Jetzt höre ich dich, ja. Ja, sehr gut. Ventilator. Wieso zwei verwirrt? Ja, ich hab's gehört, Alter. Mann. So, ich halte das Ding jetzt da rein. Ich wollte rausbrechen. Ich wollte eigentlich deine Hand da reinstecken. Aber so ist auch lustig. Komm, ich hup's dich. Zack. Schnell, tippen, 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 tippen. Schnell, 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 schnell. Ich muss tippen, Alter. Boah. Mann, das war knäpplich. Warte. Ich brauche deine Hilfe. Ja, wie soll ich denn jetzt da auch durchkommen? Hörst du dich? Hä? Nee. I need help. Help. Kuh ablegen. Oder muss ich jetzt... Musst du das vielleicht irgendwie entgegennehmen? Oder muss ich da irgendwas machen? Weiß ich nicht. Du kannst... Kann ich sonst noch irgendwas machen? Nee, drück mal da rein, dann kann ich irgendwas machen. Warte. Weil hier kann ich... Ja, hier geht nix. Hier geht nix. Ah, ja. Nee, falsche Richtung, Junge, falsch. Das war falsch. Hä? Wir brauchen eine zweite Schlange. Ja, stimmt. Wir brauchen eine zweite Schlange. Warte mal, ich leg das mal hier ab. Warte, hier drüben bestimmt. Hier nicht. Und wo geht's da lang? Hier kommen wir auch nicht weiter. Komm, dann geh ich nochmal durch und guck mal da drüben, ob der was ist. Oder halt du mal die Stange da rein. Ja. Halt mir die Stange, Patrick. Ich versuch's. Mal gucken, ob ich gleich mal E drücke oder nicht. Schnell, schnell. Gott, dammit. Festhalten, verdammt. Nein, komm mit der fette Arsch, geh durch. Warte, hier kann man doch auch noch lang gehen. Hast du hier vielleicht mal geguckt, ey? Geht's ohne dich weiter, Alter. Zack. Ah, hör mal. Alter, ehrlich. Was wärst du ohne mich? Sagst du mir bitte. Hör mal. Deswegen spiel ich auch mit dir. Ja. Bin ich mir einfach ein Genie. Weißt du? Ich hab kombiniert, Alter. So. Guten Tag. Guten Tag. Ich kann das nicht alleine. Uuuuh. Sind wir schon draußen oder was? Ach du Scheiße. Das ist der Aufzugsschacht. Oder? Sieht ein bisschen aus wie Elvis mit seinem Bart da, wo? Wie ein Elvis. Sein Koteletten da. Oder du. Oh. Ich bin Elvis. Elvis lebt. Blue for the money, blue for the show. So, was hat er jetzt? Okay. Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. All right. Let me hear it. Okay. We need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah. Okay. Interessant, interessant, der Plan. Gute Story. Sind die in der Wäscherei am Start, oder was? So, Patrick, du musst es machen. Zugang zum Hinterzimmer verschaffen. Erstmal, wieso probiert die hier rumlaufen? Ich wasche mal die Wäsche hier. Oh, hier, kannst du, mach mal auf. Okay, warte. Warte, ich tu rein. So, zack. Bisschen Wäsche waschen, Alter. Hab ich doch am Start. Geh mal jetzt im Wachmann. Frag dir mal, was bei dem so abgeht. Mach das. Guck, was ist denn hier? Okay. Keine Zeit für dich, Alter. Mein Gott, ey. Jetzt ist am Arbeiten, Junge. Geh ich einfach so durch. Wo, 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 what are you doing, in me? This is quite a machine. Get away from there, go on. Ich bin vertan, Alter. Ich dachte, das wäre Klo. Entschuldigung. Wir brauchen so einen Wäschewagen. Ja. Aber die sind alle nicht so nett zu uns. Mein Gott, kann ich mir mal deinen leihen? Gibt's nicht mal einen, deins, unser. Ja, echt. Wir sind ja alle Mithelflinge. Wieso verwirrt er? Wir brauchen einen Wäschewagen. Hallo. Da ist einer drin, ja. Mach kein Auge, Junge. Stechen. Stechen klappt auch immer, Alter. Ey, ich mach die Tür auf, Joa. Danke. Ach, ne. Willst du da reinkommen, oder? Ich möchte da reinkommen, warte. Ey, du hast mir die Finger eingeklemmt. Geil, Alter. Ich kann ja durchgucken. Ey, du musst da Wäsche drauf tun. Alter, wie wärst du denn? Das ist voll komisch, die Steuerung. Wieso bin ich? Ich brauche Wäsche. Ich brauche Wäsche. Wieso bin ich, Alter? Da liegt doch Wäsche. Die kannst du auch nehmen. Kann ich nichts anklicken. Ja, dann musst du mal loslassen. Kuh. Ah, Mina. Geht doch. Mann. Nimm nicht, nimm nicht zu viel, ey. Ein Laken. Mehr, Wäsche. Mehr. Wir brauchen mehr. So. Guten alten Bettlaken. Der gute alte Bettlaken-Ausbruch. Wer kennt ihn nicht? Schnell. Mehr Laken. Ey, das ist wieder eine richtige Arbeit. Okay, wir sind alle bereit. Okay, kann losgehen. Wenn ich jetzt nicht noch wie so ein behinderter fährst, Alter, dann läuft das auch. So, ich bin versteckt. Guck mal. Geil, Alter. Und zack, bin ich weg. Und dann bin ich wieder. Aber ich warte noch. Dann können wir hier noch so ein bisschen durchspionieren. Und jetzt guckt er rein, ne? Versteckt mich. Ich hab Angst. Guten Morgen. Es ist nichts passiert. Ganz ohne. Ja, Bettlaken. Sonst. Nicht zu gerne in der drückigen Gewäsche, was? Jetzt fährt der mich, Alter. Hilfe. Wo entfährt der mich? Ich guck mal durch. Er fährt nicht. Ich hab Angst. Ich bin hier in dem Wäscher. Das Ding. Er fährt. Er fährt. Wo entfahren wir? Er fährt mich einfach weg in eine dunkle Ecke. Gott, er dreht sich mir. Wird ganz schlecht. Wir finden uns wieder. Oh, oh. Ich versteck mich schnell. Oh. Alter. Versteck dich, versteck dich. Ja, ich kann mich nicht verstecken. Ich kann mich nicht verstecken. Oh, das wird doch nix. Laken entnehmen. Laken, ja. Ich arbeite hier. Ich muss jetzt hier Schlägerei anzetteln. Hey, you think it's okay? What did he just said? What did he say? He said something about your mother. Now let me tell you, it wasn't pretty. Hey, hey asshole. Was ich jetzt machen? Schlägerei. Ich brauche deine Hilfe. Ja, ich komme, ich komme. Ja, er sieht ja schon. Okay, warte. Ich nehme mal die ganzen Laken da raus. Wir brauchen da bestimmt Ehre. Stopp! It's locked. Ja, warte. Ich kann, warte. Ich kann ja bestimmt aufmachen. Wir sind ja jetzt abgelenkt. Ach, scheiße. Nein! Ärgerlich. Ich bin erwischt worden. Ich habe auf den nicht mehr geachtet. Ich dachte, der wäre auch abgelenkt. Okay. Jetzt wissen wir, wie es geht. Ja, jetzt ist kein Problem. Okay, man, das ist... Der eine provoziehe hier. Genau. Ich dachte, dass er seine Mutter beleidigt hat. Entnehmen wir hier den Laken. Leg das schon mal hier hin. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich mache es einfach. Hey, hey asshole. You talking shit about my mom? I don't give a shit about your fucking mom. Come on. Come on, get him up. Come on, you little bitch. What the hell? Break it up, guys. Stopp! Enough! Get out of the way! So, jetzt ist der abgelenkt. Soll ich? Ja, komm, komm. Schnell, schnell, schnell. Komm, komm, komm. Zurück, zurück, zurück. Komm, schnell. Nimm noch einen Laken mit. Er nimmt es nicht. Ja, dann komm, schnell, komm, schnell. Er nimmt es, er nimmt es. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, wenn wir die mit dienen. So, hier. Komm. Oh, ist das tricky, du. Ja, 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 ich komme. Ja. Komm. Nimm. Nimm. Kann ich nicht. Wieso nicht. Wieso nicht? Lass mal hinlegen. Du musst doch hier hochkommen. Das hat nur gehakt. Hier. Geruckelt. Jawohl. War gut, dass ich dich schon hingelegt habe, ey. Hör mal. Ja, 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 I'm coming. Hier. Noch mehr? Boah, haben wir genau drei mitgenommen, Alter. Hopp, 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 hopp. Sauber war das, hör mal. Eins, ah. Echt, einmal kurz erwischt. War eine Freundin, da haben wir mal ein Auge zugedrückt. Das hat keiner gesehen. So, jetzt sind wir wieder da oben. Jetzt liegen da ja die Laken. Jetzt können wir uns da abseilen. Den Schacht. Ich hoffe, die Knoten halten. Ich gut in einen Fischermannsknoten. Let's hope so. So, Mina. Willst du zuerst, ah? Los geht's, oh. Komm, ich versuch's. Ich komme. Eins, ah. Ah, es hat gehalten. So lala. Oh, da ist ein Wärter. Uh. Schnell weg, schnell weg. Alter. Voll erschrocken. Willst du mal rausgucken? Hier. Ah. Und hoch. Patrick, guck mal, wir wären 1A beim Ausbruch. Wir zwei, wir konnten's schaffen. Ist so. Echt? Scheiß drauf, Alter. Das ist die richtige Einstellung. Ja. Wir brauchen Licht. Oh, toll. Und jetzt, und jetzt sagen Licht. Ihh, ich bin im Siff. Taschenlampe finden. Ich brauch Licht. Ich seh so gut wie gar nichts. Licht, bitte. Ah, ich hab's, ich hab's. Na gut. Ist auch zufällig, dass da grad ne Taschenlampe liegt, Alter. Zufällig gibt's, aber die gibt's gar nicht. Schmeiß runter, das Ding. Und bitte. Wo bist du denn? Da. Wo bist du denn? Ja, unter dir. Na, ich flugscheißer. Kann ich hier machen, Alter? Hier, Mina. Wie viel wild umsehen? Stockt. Ach da. Verriegelt. Das Wasser riecht wie scheiße. Ich find das nicht gut, Alter. Du musst jetzt gläuchten. Du musst ja jetzt irgendwas finden dann, ne? Ja, ich glaub auch. Da hinten, da. Leuchtet da hin. Genau, hier hin leuchten. Wo ich bin, hier. Ja. Sehr gut. Du bist im Rampenlicht, Mina. So, ich hab's. Toll. Hätte ich in den Sift gar nicht reingemusst. Stinkst du mal, bist du hier oben nur. Zack. Jetzt kann ich hier weiter, oder was? Patrick, bitte pass ein bisschen auf. Ja, ich hab ein Auge auf dich. Iiii. Pipi. Pipi und Kaka. Echt, hier muss wieder geleuchtet werden. Ich komme. Ich komme. Ja. Perfekt, danke schön. Bitte, bitte. Wir haben auch einen Druck auf den Kessel da, was auch durchfließt. Hör mal. So, jetzt kann ich bestimmt da lang, warte. Ja. Korrekt. Ja, mit der Taschenlampe, Alter. Nehmst du? Dankeschön. Ciao. Was ist gut? Ich bin fast raus. Du bist raus, Alter. Du bist raus, Alter. Was für Katakomben muss ich mich hier rumtreiben? Huch! Um Gottes Willen. Ich bin hier aus Versehen rangekommen. Gruselig, du. Iiii Ratten. Na, hallo, links. Jawoll. Kein Bock auf dich, Alter. Ich weiß nicht, ob ich dich wirklich mitnehmen will. Bist du es wert? Okay. Ey, ist eh abgeschlossen, Alter. Ich muss nur aufbrechen. Ach. Das funktioniert. Kein Problem. Achtung. Zack. Zack. Alle von hier sind drei. Jawoll. Herein. Das mache ich mit einer Hand, Alter. Mit der anderen halte ich noch ganz in Ruhe die Taschenlampe. So. Geht's hier lang? Los, Vincent. Vincent kommt. Drei, zwei, eins, los. Ja. Zusammen ist schöner. Drei, zwei, eins, go. Jawoll. Jawoll. Möcheln. Hey. Mega lief die Pfung, oder? Da ist ein A für Area. A für A, A. Gehen wir zu A für Area? Ja. Äh, Area ist falsch, Alter. Hier links auch noch was. Hier links auch noch was. Area 51. Guck mal hier, ist auch noch am Weg. Ja, wir müssen den Weg nehmen. Er läuft im Dunkeln rum, Alter. Oh, hör mal hier. Hier ist Licht, oder? Da drüben? Guard. Pass auf, pass auf. Oben. Bei uns laufen welche. Hier, helf mir. Ich sehe Tageslicht. Freiheit. Mein Gott, Mann. Ist ja Alcatraz. Echt? Hier, gib mir deinen Arm. Was für? Ich weiß, ich habe eine Idee. Turn your back against mine. Aha. Echt? Die Rücken-an-Rücken-Nummern. Die kennen wir doch alle. Ja, wir kennen sie nicht. Ich weiß, ich weiß, dass ich meine Backen nicht mache. Es wird nie funktionieren. Relax. Es ist zu hoch, Mann. Ich habe das immer als Kind immer als Kind. Du bist dumm. Oh Gott. Und immer in der Mitte treffen. Es wird viel schneller, wenn wir uns gehen. Ach, Alter. Du musst Höhermine. Du musst es jetzt machen, nur. Ja, ich komme. Das mache ich? Ja. Jetzt du? Hör mal, synchron! Scheiße. Ich habe mich so gefreut. Ich habe eine Kraft. Weiter. 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 Ach, warte. Warte, ich warte einmal. So, warte. Warte, jetzt komme ich noch einen hoch. Warte, so. Und jetzt. Und los. Oh, Patrick. Ich habe sie ab, Mann. Ich will raus. Ach, Scheiße. Scheiße. Scheiße, Pahne. Nein, ich habe sie ab. So, warte. So. Und los. Los. Oh, Mann. Mein Gott. Oh, ist sie knapp. Ist sie knapp. Jetzt hat er. Ja. So, und. Mir darf uns doch keiner zugucken, Alter. Ich muss lachen. Nehmen wir uns. Lauf vor die Werte vorbei. Das funktioniert. Hör mal. Mein Gott. Alter, war das so viel an, ey. Aber das ging doch jetzt zum Schluss, war das doch super, aber. Ja. Wir sind nicht gestorben. Ja. Oh, jetzt ist da so ein Gitter. Oh, mein Gott. Ist doch jetzt ein Scherz, oder? Den ganzen verkackten Weg, umsonst zu laufen. Ja. Wie kommen wir denn jetzt wieder runter? Wieder genau so? Ist aber schwer, oder? Runter, glaube ich. Ich glaube, das runter auf jeden Fall noch schwieriger als hoch, Alter. Ich würde es hoch schon nicht gebacken kriegen. Den brauchen wir. Echt, das ist der Goldene. Ey, den kann man so einstellen, auf verpassende Größe. Perfekt für uns. Ja. Weil das sind alles so Sachen, die hätte man sich auch mal vorher überlegen können, dass man die vielleicht gebrauchen könnte. Ach, Quatsch. Wir wollen noch ein bisschen das Essen genießen, ja. Stechen oder schlagen? Echt? Erschlagen. Ja, vorsichtig antasten, würde ich sagen. Du hast da was, was ich brauche, mein Freund. Was machst du denn, Alter? Ein bisschen handwerken, Alter. Arbeit an deine Einstellung. Ich habe eine kurze Frage. Ich habe eine kurze Frage an dich. Echt? Welcher Tag ist es? Ah! Wuch mal, guck mal. Sauber, Patrick. Ja gut. Mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht wissen. Hau rein, Alter. Du bist gebohren, ey. Guck mal, sowas darf ich arbeiten. Ey, was gibt's denn noch Schönes? Das ist doch lustig, ist doch voll der Knast-Simulator, Alter. So, Löcher gebohrt, hab ich auch. Straubenschlüssel in deine Zelle schmuggeln. Komm ich in meine Zelle? Wo ist unser Schmuggler? Hier, kommen wir raus. Ich hab Feierabend. Nein, ich komm auch nicht raus. Ja, ist mir auch egal. Ich schon. Mein Gott. Wo ist unser Freund? Kannst du mir das nicht irgendwie so durchs Gitter geben oder so hier? Kannst du mir das hier nicht so geben? Warte mal. Warte mal, hier bin ich irgendwo drin. Sabotieren. Sabotier's einfach mal. Zack. Da, der Scanner ist aus. Schnell. Ey, schnell die Gunst der Stunde nehmen. Ich komm mir so ganz unauffällig aus dem Elektro-Dingen raus. Guten Tag. Abend. Wolltest du auch grad in die Zelle? Dann komm doch einfach mal mit. Dann gehen wir doch zusammen, Mama. Ich bin grad zufällig müde geworden. Ja, ich auch, ey. Ein Atmal hoch hier. Ganz schrecklich müde, ey. Ab in die Zelle. Mensch, du. Bin ich jetzt aber auch K.O. Huch. Ach, jetzt will er auch noch kontrollieren. Hallo. Meinst du, erfindet das? Bestimmt, ne? Mit Sicherheit. Ja, ich weiß, wie es läuft, Junge. Warte, ich muss den irgendwie... Du musst ihn ablenken. Ja. Da, da. Da kannst du mir durchs Fenster gehen. Hör mal. Echt? Ich warte hier nur. Jetzt hab ich die Scheiße, Alter. Hallo, können Sie mal die Tür aufmachen? Entschuldigung. Wollte ich mal besser vorgehen? Wow. Ja, schon, ne? Keine Angst, weißt du? Ach, das will ich dann. Hau rein. Wir sind doch jetzt gleich schon in unserer Zelle, oder? Wir müssen doch jetzt eigentlich nur noch hier durch die Tür, oder? Ach, jetzt musst du an denen noch vorbei. Geh mal vor. Geh mal vor. Kommt, komm mit. Ja, ich sitze da drüben. Hier ist ein Leck. Verarscht. Ja, ey, lass dir mal was einfallen. Scheiße, da steht ein Inspektor an meiner Tür. Ja, ich komme. Was macht er da? Durchsucht er meine Zelle, Alter? Ich hoffe, dass er nicht die Toilette sieht da. Ja, das hoffe ich auch. Ach, das ist ein falscher, ne? Das ist eigentlich deine. Achso. Schon wer Schlimmes befürchtet. Ey, jetzt kriegst du mein Nasenbluten, Alter. So. So. Licht aus. Ich wollte gerade auf den Klo gehen, Alter. Oh nein, Zellenkontrolle. Scheiße. Jetzt komme ich ins Schwitzen. Aber er kontrolliert aber gründlich, Alter. Er guckt sich einmal um. Hier. Schau, ob sie es ja weitergehen. Gib mir her, gib mir her. Hier. Jawohl. Alter. Ist safe, safe. Gott sei Dank. Nichts zu verbergen, Officer. Sieht aber auch unfreundlich. Ist doch schlimm. Ja, aber ehrlich. Geh auch ruppig mit einem um, ey. Hey, Baby. You good? Hey, Baby. Schätze können. Hallo. Ey. I miss you too. Wo ist mein Besuch? Ich hab ne Freundin, Alter. Und du? Ich bin mir alle im Stich gelassen, ey. Sieht so trotz hässlicher Nase. Das macht einfach meinen Charakter. Ich habe einen Plan, um hier rauszukommen. Gut. Was kann ich tun? Nichts. Ich habe jemanden, die mir helfen. Ich bringe mich in hier. Wer ist das? Patrick. Echt? Er scheint okay zu sein. Are you sure? I mean, we both thought we could trust Harvey. This guy wants to take him down as much as I do. What? Why? I don't know yet. But I find out. Okay. Wie viel geredet haben wir noch nicht, ne? Ne, was schläft er allerdings. Well, it's been six months. He misses his father. Shit. Ich erinnere mich gerade, dass es so anstrengend im Klassen ist. Ach, nein, meine Tochter wartet auf mich draußen. Has he found out? Ach, er. Mein Sohn. Entschuldigung. Kann mich nicht mehr erinnern. Elf, Elf, Elf. Don't worry about that. He won't find us. And you're sure? Yeah. I got us a new place. We should be safe for now. That son of a bitch. Son of a bitch. Ne, ne, ne. Hey, why are you still waiting? Nobody's coming for you. I should just have to say that. Ja, fertig, do you? I'll wait some more. Den. Ich steuere noch Salz in die Wunde rund. Oh, die Koffer. So, okay. I'd like to make a phone call, sir. Let's go. Oh. Oh, okay. Don't worry about that. Yeah. Yeah. Why aren't you here? Because I'm at home. Expecting our baby. Please. You've talked about this. No. You've talked about this. Yeah. I didn't have to say no. You're in prison. You're gonna be out soon. Listen to yourself inside. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No. But I need to take care of the harvest. Oh, my God. Oh, my God. You know that he killed Gary. He was my family. My own brother. I know you miss him. But you can't bring him back. You're just gonna get yourself killed. Please. You know I have to do this. I can't believe you, Vincent. Oh. Danke. Danke für nichts, man. Wieder 2 Euro umsonst in den Musikbock schmissen. Meine alte kam ich wenigstens bis zum Alter. Die hat es wenigstens geschafft, weiße. Ey. Zu dir haben wir hier auch Hallo gesagt, aber nie. So gut, dass die weg ist. Ich war so aggressiv wie alte. Und schwanger. Vergess das bitte nicht. So. Ist der Tag der Tag oder was? Könnt ihr nochmal dein Zwiebel? I did it. It's our window. So, we'll leave tonight. Heute Nacht, Patrick. Ich bin schon aufgeregt. Ich bin schon ultra nervous. Nervous? Nervous. Heute ist die Nacht der Nächte. Ist das jetzt wie so ein Film aufgemacht, oder? Echt. Alles ist vorbereitet. Ja, wir müssen jetzt nicht mehr spielen. Wir haben jetzt durchgespielt. Spielende. Echt? Drei Let's Plays. You got the wrench? Warum sitzt du so schön zu machen? Are you kidding me? You think I'll do this climb again? Let's hope we don't have to. There's nothing to hope for. It ain't happening. Ich hoffe nur, dass du ihn nicht fallen lässt. Ich lasse ihn nicht fallen. Liebe Freunde, es ist Tag des Ausbruchs. Und der Tag des Ausbruchs ist für euch dann morgen leider. Ich muss euch lieber sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen. Es war wie immer sehr spannend und amüsant. Patrick, wie fand's los? Auf jeden Fall witzig. Witzig, witzig. Dein Abschlussplädoyer zu dieser Folge. Witzig, witzig. Wir haben eigentlich alles geschafft, bis auf, dass meine Frau gekommen ist. Ich weiß nicht warum, aber die mag mich anscheinend nicht so. Die brauchen wir ein bisschen enttäuschen. Das muss man einfach sagen. Meine ist wenigstens gekommen. Muss auch an meinem unwiderstehenden Charakter liegen. Und natürlich an meinem umwerfen guten Aussehen. Woran's jetzt bei dir gelegen hat. Gut, das könnte man sich vielleicht auch denken. Und der Wetter, der hat auch noch einen verdient. Ja. Fällt mir nicht immer nach. Also, liebe Freunde. Das war's auf jeden Fall für diese Folge von The Way Out. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben geben. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und den Patrick auch. Und ja, die nächsten Folgen werden dann kommen. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und ich sage, bis demnächst, liebe Freunde. Haut rein. Tschüss. Tschüss.